Was dann hast du, wie das Ding das machen, ne? So sieht das dann aus. Hä, warum ist das so hoch? Du bist der große Wanderer? Nee. Der soll einen Zaun darstellen? Ja. Zwei Rollstämme. Hm, ich hab einen Zaun gemacht. Ja, nee, da kommt ja jetzt noch was rein. Hat der irgendjemand einen Nägel? Näschel. Ich ja, glaub schon. Ja, ich glaub, du hattest als letztes Switch gehabt. So groß, los! Richtig dich, ne? Ein bisschen. Stress. Ah, Zaun, oder? Zaun? Ja. Theoretisch könnten wir das mit Dings machen, mit... Äh, Alu, oder? Das könnten wir auch mit Alu machen, ja. Ist das nicht besser, oder? Ja gut, aber du hast ja die... Du hast die anderen ne Runde mit Alu, ne? Ja, aber nur vorne. Ja, komm mal, ja mal gucken. Warum liegt da ne Zucchini? Ich glaub... Ich glaub, ich glaub... Den hat das... So, Bau. Ich hab nix zum Bauen. Ich hab nur den Spaten. Ich hab nur den Spaten. Weiter bauen. Ja, wollt grad sagen. Das sieht doch komisch aus. Total. Der ist tatsächlich wieder am Weg. Äh... Ja, ich geh mal nach unten gucken, wie das aussieht. Draußen. Obwohl wir mit dem Spalter sind, gar nicht so schlimm. Aber jetzt kann man drüber ziehen, oder? Ja. Warte. Ich muss erstmal meinen Weg freischauen. Was war denn das? Ja. Oh, das sieht cool aus. Ja, doch. Mit dem Blech... Äh... Mit dem Blech... Dächern... Und dem sieht schon gut aus. Hat was. Oder? Naja, aber links fällt noch... Der SP, oder? Würde ich sagen. Oder ne? Eigentlich sieht das gut aus. So sieht's gut aus. Wie sag ich, mit dem Blech... Wenn... Und Dächern... Und dem... Ja, doch. Oh, der DJ. прибst. Erklären Sie sich! Mhm... Mhm. Yeah! Yo, potty people! Yeah! 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 Fuck off! This is good! This is good! See you at theishes and cool...